UNTERTITELUNG ... und Gregor Thuda mit dem... ... ein hell in die Knalle, dass wir... ... mein Unterfragen der zweifache ehemalige deutsche Automobil-Werkmeister der Tourenwagen, mein Land der Allrad, der liebt Ihnen allen... ... so Dinge elektronisch, glaube ich, überhaupt nicht... ... 54 und Erweiter vorgelegt mit 1,15,88... ... 1,17,57... ... damals schon die Windbahn steht... ... 300 Newton 1991 2,1, сs. mit dem Wasser auf den Hinterrädern, da hat sie dann da richtig furchtbar eingedreht. Und die 102 wartet schon darauf losgelassen zu werden. Markus Reitbauer, der BMW, 123, Diesel, da wollen wir drauf. Startzeit von Schagel.